Ja, moin Alter, ich bin's. Ich kann grad nicht zum Aufnehmen sein beim Smart Studio, weil ich grad zu essen was bestelle. Und ich wollte mich nochmal bedanken bei den ganzen Leuten, die halt aufgenommen haben. Und ich grüße auf jeden Fall den dicken Dog, ich grüße den dicken Willa, ich grüße den dicken James, ich grüße den dicken Typ, der das Cover hat, der dachte, wo ich immer vergesse, wie er heißt. Ich grüße dich auch und ich vergesse mal, alle Leute, die drauf waren, ich grüße auf jeden Fall alle. Und ich grüße Lars und ja, auf jeden Fall. Ja, ich grüße auch, danke auch DJ Dove, wenn ich das schön gesagt habe. Ja, das war's jetzt, das war's auch. Tschüss. Tschüss.